Die Bundesliga-Fußball Die Bundesliga-Fußball-Fußball Die Bundesliga-Fußball-Fußball-Fußball Die Bundesliga-Fußball-Fußball-Fußball Die Bundesliga-Fußball-Fußball Die Bundesliga-Fußball-Fußball-Fußball Die Bundesliga-Fußball-Fußball-Fußball-Fußball Die Bundesliga-Fußball-Fußball-Fußball-Fußball-Fußball-Fußball Die Bundesliga-Fußball-Fußball-Fußball-Fußball Die Bundesliga-Fußball-Fußball-Fußball-Fußball-Fußball Die Bundesliga-Fußball-Fußball-Fußball-Fußball-Fußball-Fußball-Fußball-Fußball-Fußball-Fußball-Fußball-Fußball-Fußball-Fußball-Fußball-Fußball-Fußball-Fußball-Fußball-Fußball-Fußball-Fußball-Fußball-Fußball-Fußball-Fußball-Fußball-Fußball-Fußball-Fußball-Fußball-Fußball-Fußball-Fußball-Fußball-Fußball-Fußball-Fußball-Fußball-Fußball-Fußball-Fußball-Fußball-Fußball-Fußball-Fußball-Fußball-Fußball-Fußball-Fußball-Fußball-Fußball-Fußball-Fußball-Fußball Der Torfügel, ich liebe den Jungen. Der Torfügel auf der jungen Welt, präsentiert von Scholz-Recycling, Kompetenz im Schreuz. Tor auf der jungen Welt. Torstüter Spieler, Tobias Eberleit. Und liebe Zuschauer, wir haben einen neuen Spielstein. Jolens, Kamenz, Null, danke. Bitte. Der Torfügel ist Kühne, hier im Spiel Nummer 11, Ronny Harkert. 90 der Spielmiloten, wir sagen Dankeschön. Beim Spielhörer mit Nummer 14, Marcin Poditschka. Für ihn kommt neuner Spiel mit Nummer 5, Christian Hasser. 2 zu 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 6. 7. 8. 8. 8. 9. 10. 9. 8. 10. 10. 11. 10. 11. 12. 15. Bis zum nächsten Mal.